Fasnerie Aktiv Fasnerie Hallo Epko, grüß dich! Wie gehts? Danke, selber! Wir sind heute vom Fasnerie Aktivverein hier und wir dachten aber, dass wir tragen ein paar Sachen. Hallo Epko! Hallo! Wie lange bist du eigentlich schon in der Fasnerie? Ich bin seit 4 Jahren, seit 2008. Okay, okay. Richtig lange schon. Sehr schön. Für was steht das eigentlich Stüberl eigentlich? Wir bieten klassische kroatische Küche für Spezialitäten, z.B. Cevapici, Rasnici, Tetskavica, Grilltele und auch bürgerliche Küche. Dienstag haben wir auch Schnitzentag. Okay, gut. Ich habe gehört, dass es oft auch Veranstaltungen bei euch gibt. Ja, im Kerbstroft. So wie zum Beispiel Badische Abend mit Livemusik, Stichharmonika. Und im Hammerdiftcenter auch Live-Akustik-Blues-Rock-Konzert. Okay. In das Thema Weinmusik, Schatzkochturniere machen wir auch. Super, sehr schön, ja. Also man kann alle Fasneriele einladen, hier mal herzukommen und einen schönen Abend vorzubringen. Das ist gut. Ja, sehr schön. Dankeschön, Epko. Bis bald. Ja. 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 Ja.